Hallo, ich möchte euch heute demonstrieren, wie ihr ganz einfach mit eurem Smartphone und der Füwe Measure App zusammen mit den SmartSense Sensoren auch zu Hause messen könnt. Dazu habe ich einfach mal ein paar Sensoren mitgebracht. Die sind so schön klein, die kann man mit Zweifel auch mal verschicken. Und ein Becherglas, na gut, ein Glas haben wir alle zu Hause. Und damit kann man einfach mal experimentieren. Dazu schalte ich einfach den Sensor an, drei Sekunden gedrückt halten, dann ist der Sensor an. Und dann brauche ich in der App nur noch oben rechts auf den Klopf klicken und dann sehe ich auch schon den Temperatursensor, mit dem ich mich verbinden will. Draufklicken und mein Handy verbindet sich direkt über Bluetooth mit dem Sensor und ich kann die Temperatur meines Becherglases oder der Flüssigkeit in meinem Becherglas direkt messen. Und damit kann man jetzt zum Beispiel Experimente zum Siedepunkt durchführen oder vergleichbare Experimente aus der Wärmelehre. Was ich heute machen möchte, ist ein Alltagsphänomen hinuntersuchen. Nämlich, wir haben Sommer, wir sind im Schwimmbad und wir kommen aus dem Wasser. Und was wir alle kennen, uns wird kalt. Das kann ich hiermit einfach mal nachstellen. Das heißt, ich messe die Temperatur und stelle fest, okay, im Moment hat das Wasser relativ gut 20 Grad. Und wenn ich jetzt aus dem Wasser komme, dann beobachte ich sofort einen Effekt, nämlich, dass die Temperatur drastisch fällt. Diesen Effekt kennt jeder Physiker unter dem Begriff der Verdunstungskühlung. Und jeder Schüler kennt ihn aus dem Sommer, aus dem Schwimmbad. Und das kann ich einfach hier direkt messen. Und auf diese Art und Weise, auf dieselbe Einfachheit, kann ich auch andere Phänomene in den Naturwissenschaftlichen messen. So könnte ich zum Beispiel in der Humanphysiologie oder in der Photosynthese in der Biologie den CO2-Gehalt messen, um dort Experimente durchführen zu können. Oder ich könnte verschiedene Lösungen untersuchen und die Leitfähigkeit betrachten, zum Beispiel auch in der Chemie. Oder ich könnte zum Beispiel eine Batterie selber bauen lassen zu Hause und dann die Spannung dieser Batterie mit einem Voltage-Sensor bestimmen. Oder ich könnte verschiedene Kräfte beobachten, um zum Beispiel das Thema Gewichtskraft einzuleiten und mit einem Kraftsensor. Und auf diese Art und Weise gibt es natürlich noch ganz, ganz viele weitere Sensoren, die wir in den Naturwissenschaften einsetzen können. Und dabei haben wir von der FÜWE immer im Hinterkopf gehabt, dass diese Sensorik für Schüler entwickelt werden muss. Deshalb die Einfachheit in der Verbindung, deshalb aber auch daran gedacht, was Schüler denn eigentlich sonst noch alles so mit Sensoren tun, was man eigentlich damit nicht tun sollte. Ich hoffe, ich konnte Ihnen zeigen, wie einfach und intuitiv das Ganze ist.